Eigentlich wollte ich Schluss machen, aber ihr kennt es. Zuerst war ich drauf und dran, nee, das Spiel, nee, 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 und jetzt, ich komm nicht mehr davon los. Übrigens, die Information, das ist ein Spiel auf dem NES, auf dem Nintendo Entertainment System. Das hab ich am Anfang des Spiels ganz vergessen zu erwähnen. So, und ich habe mir, nachdem ich mir jetzt gerade eben die Teile gerendert habe, nochmal, äh, hallo, angeschaut. Und, äh, ja. Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein, denn ich weiß, es gab ein Item, womit wir da diese lila Zeppeline da besiegen können. Und ja, ich habe vergessen, hier, guckt mal, auf die Sachen zu springen. Und hier haben wir jetzt einen Spiegel. Ja, es ist eine Waffe und ihr könnt euch sicherlich jetzt vorstellen, was wir damit machen können, denn wir haben mit unserem Jojo das Problem, dass wir, dass wir da halt nicht... Ja, klar, attackiert mich doch von allen Seiten. Halt mit dem Jojo den nicht treffen können. Und deswegen müssen wir das jetzt damit machen. Gott. So. Na jetzt. Oh Gott. Ui, ui, ui. Ach du Scheiße. Stirb. Ui, 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 ui. Aber es geht. Nein. Ah, jetzt müssen wir nochmal von hier spielen. Weil ich so ein Idiot war. Nochmal das Ganze. Und wenn ich jetzt nicht hier das gemacht hätte, hätten wir das jetzt alles nochmal anschauen müssen. Und das... Ich finde, das muss man sich nicht immer wieder ansehen, weil dann irgendwann geht die, äh, geht das Interesse an dem Let's Play verloren, weil man, wenn man sich immer wieder das Gleiche anguckt, ist... Alter. Auch irgendwann, glaube ich, zu viel ist gut. Ten! Oh, das ging jetzt schnell. Äh. Das wollte ich. Ich wusste es. Ich wusste es. Er geht runter. Wie einmal... Einem Visier haben. Man denkt sich immer noch so, ah, einen Schuss kann ich noch machen, einen Schuss kann ich noch machen und dann zack! Moment, ich habe genug. Nein. Ha! Aha! Bola, bola! Wo geht's da hin? Oh ja, Gott sei Dank! Gibt's hier sonst noch was? Bitte, 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 bitte. Nein! Ha! 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 Ich spiel jetzt hier mit Spiegel! Ah, das sind wieder so Tom-Momente hier. Oh! Weißt du, er geht auch noch so nah da ran. Einfach hinter die Stellen! Geniale Methode. Mann! Mann! Oh, Mann! Ich muss weg. Oh Gott! Oh Gott! Es sind mir ein paar zu viel hier gerade. Jetzt hängen wir an diesem einen Raum hier fest. Das kann doch jetzt nicht sein. Stirb! Ei, ei, ei! Jetzt sterb doch endlich! Nein! Der letzte, der letzte muss es wieder sein. Uff! So! Das kannst du jetzt nochmal. Weil ich so cool bin und so überaus witzig. Mann, ey. So, kommen wir jetzt bitte jetzt irgendwann mal. Nein, nicht ihr schon wieder. Das Geile ist jetzt... Ach. Ich muss jetzt auf die scheiß Totenköpfe aufpassen. Weil... Ich ja jetzt... Nein, ich gehe rein. Hab ich sie jetzt? Ne, Anna fehlt doch noch. Okay, ich habe beide. Cool. Nicht ins Wasser springen. Wenn ich jetzt hier wieder auch irgendwie so eine Einfrierfunktion kriege, ne, dann raste ich aus. Na, okay. Kann ich immer gebrauchen. Okay. Geil. Was ist das? Achso, warte mal. Äh. Moment. Wo musste ich jetzt... Muss ich den jetzt hier? Ja, muss ich. Eieiei. Jetzt komm doch mal her. Ja, jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Du Mistvieh. Was? Das war's schon? Ja! Das war's. Erfolgsmusik! Oh Gott. Was für ein Raum. Toll. Hätte man die Tür nicht direkt aufmachen können? Was ist das? Oh Gott. Was passiert jetzt hier? Ja, super. Jetzt habe ich Todeswasser hier. Ah, da... Wow! Du hast es geschafft. Wir hätten nicht damit gerechnet. Aber du kriegst unendlich Punkte. Ja, wir speichern deine Daten. Und viel Glück! Schau! Die, äh... Pound has dropped up. Die Kugel ist nach oben gekommen. Hm. Du bist die Kristallkugel. Was ist das? Tja. Wir haben die Kristallkugel. Sehr schön. Wir können raus. Und jetzt können wir zur Frau umoperiert werden. So, und ich habe jetzt schon wieder die Uhr komplett außen Sinn. Das heißt, ich weiß es wieder nicht, wie lange wir hier aufnehmen. Ist da vielleicht noch ein Herz? Nein, schade. Na ja, Moment. Hier runter. So, dann zum Schloss. Ski-Cola. Und jetzt nach ganz hinten. So, meine liebe Frau. Jetzt aber. Oh mein Gott. Du hast meine Kristallkugel gefunden. Ah, gib sie mir zurück. Schnell, schnell. Hm, du gibst ihr zurück. Du gibst sie ihr zurück zu hier. Ähm, jetzt bin ich zurück im Geschäft. Danke. Hm, du möchtest, äh, ins Schloss von Ski-Cola? Hm, willst du? Hm, ich weiß. Just care what I need. Ich weiß, was wir jetzt tun. Okay, warte kurz. Ähm, willst du? Wir haben zerf... Oh, sicher. Schaust du süß aus. Gekleidet wie eine Frau. Hm, but it may... Äh, but... Es war harte Arbeit. Ähm, und übrigens... Äh, lass... Let me read your fortune. Ach, lass mich deine, ähm, Zukunft lesen. Oh, in der Kristallkugel. Ich kann, äh, sehen. Ähm, ein risikobehaftetes Leben. Und, oh, 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 eine Brücke über ganz viel Trouble-Wasser, äh, ganz viel Wasser. Und, oh, 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 ein gefährliches Entkommen. Oh, some evil mystic, ähm, powers from a star far, far away. Und, äh, böse Energie von einer mystischen Macht weit, 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 weit entfernt. Ähm, I'm sure... Ja, ich hab Schuhe. I'm sure whose powers are controlling the monsters on the tongue. Ich bin sicher, dass diese, ähm, ja, monströse Energie die Monster in der Dunkelheit kontrolliert. Und, oh, omen, äh, omen auf einem Desaster. Ich kann nicht fortführen. Oh, me, oh, oh Gott, oh Gott, ähm, Faris the Brave, so don't mind me. Ähm, das müsste ich jetzt raten. Now, let's enter. Jetzt kannst du nach Schikola. Tschüss. Ja, und wir sind direkt da. Ach, guck mal, sie kommt direkt mit. Wir sehen scheiße aus. Hm, guten Tag. Hm, du musst, äh, be from... Du musst von Radicola sein. Ähm, du darfst eintreten. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ganz viele Frauen, die catchen. Ah, der Traum eines jedenfalls. Ähm, ähm, ich bin ein Krieger von Schikola. Ja, schön, aber geh doch mal auf Seite. Ach so, kann... Och, so. Hm, ähm, we're busy training. Don't disturb us. Wir sind gerade ganz schwer am trainieren. Also, störe uns nicht. Ah, ja, ja, was machen die alle? Training and more training. Noch mehr Training und noch Training. Ja, ja, wir trainieren hier. Trainieren. Alles trainiert. Aber hier? Ah, da ist auch noch einer. Äh, nee, Entschuldigung. Hm, ich bin ein Krieger von Schikola. Du bist die, äh, du bist der Newcomer von Hercola. Alles mit Cola hier. Und dabei trinke ich doch noch Pepsi. Oh, Moment. Wo geht's da oben hin? Was? Ich komm da nicht hin? Na toll. Ja gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch, glaube ich, ist das. Oh, ich bin die Königin Schikola. Ähm, ich habe gehört, ein Kampf occurred at the Ghost Village. Ich habe von einem Kampf in dem Geisterdorf gehört. Naja, beaten all the girls. Du hast alle Geister besiegt at the Haunted Village im, ähm, ja, Geisterdorf. Oh, du bist eine Superfrau. Was ist dein Name? Du überlegst, ähm, Michael. Mich, äh, Michelle. Michelle ist mein Name. Michelle, oh. Hm, ein guter Name. Ich mag ihn. Ah, we don't... Was? Why don't you... Ah, wieso kommst du nicht zu uns? Wieso wirst du nicht Mitglied hier bei uns Frauen? Ähm, du sagst, äh, you, äh, du musst, äh, du musst einen Mann der Berge treffen. We will miss you. Was? Wir wollen dich vermissen? Äh, wir vermissen dich? You save time if you talk to her Heat Warrior first, okay? Ähm, du, äh, Zeit schinden wir sicher, was? By the way, äh, ach, übrigens, Michelle, deine Stimme ist, äh, sehr, äh, männlich, ähm, fast wie ein Mann. Hm. Ähm, du schluckst, ähm, ähm, ich sehe, ähm, du hast, ähm, oh, ein Gold. Ein Gold für alle Fälle. Michelle, you have a funny Jojo. Du hast ein sehr lustiges Jojo, hast du nicht? Äh, give you, äh, ich gebe dir eine mächtigere Waffe. Sie nennt sich Shooting Star. Oh, wir kriegen eine stärkere Waffe, den Shooting Star. Oh, hör zu, du brauchst mindestens sechs rote Herzen, um damit umgehen zu können. Ansonsten ist er weg. Goodbye, Michelle. Herrlich, oder? Wir haben jetzt eine stärkere Waffe bekommen. Herrlich, herrlich, herrlich. Den Shooting Star. Und das war's schon, glaube ich, hier, was wir hier machen müssen, oder? Aber warum komm ich jetzt hier nicht durch? So ein Mist. Ja, dann gehen wir mal wieder. You, do you want to change your clothes? Yes. Okay. Ja, also wir wollen unsere Kleidung wechseln. Oh. Oh, warte. Willst du hier, äh, oh, ich bin fertig. Goodbye. Boah, rast die davon. So. Jetzt haben wir den Shooting Star. Dum, 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 dum. Kann ich jetzt... Moment, wo war das denn? Was hat mich hier davon abgehalten, weiterzukommen? Denn wir müssen ja noch... Oh, sechs Herzen. Das hat mich davon abgehalten. Ich bin genauso schlau wie vorher. Oh, Manu. Dann würde ich sagen, das war's. Ich mach mir Gedanken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. StarTropics wieder. Macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.